Ja, eine Runde Skyfall mit meiner Lieblingsmusik auf dem Oktoberfest. Das ist Kultur, Leute. Deutsches Kulturwut. Ja, also was sehen wir. Ich sehe Techno Power, ich sehe Skader, ich sehe Topsplay und die Musikexpress. Siehst du den Techno Power? Predator habe ich gesehen. Mayans Tower. So, da waren wir überall schon. Wir haben noch nichts geschafft. Das ist unfassbar. Das ist das, was wir abgearbeitet haben. Gut, mit dem hier noch so ein bisschen. Und das alles fehlt noch. Das Teufelsrad da, die alten Wiesen. Freestyle dahinten, Breakdance, Fahrt zur Hölle. Wie der Lärm aus den Zelten kommt, ne? Hör mal. Wie wüsst sich das aus? Ja. Du siehst halt auch. Guck mal, diese Riesenzelt. Da guckst du hier rüber, wie klein so ein Spinning Racer aussieht. Das ist ein Witz. Da hinten ist das Riesenrad. Sieht so klein aus, ne? Achibald läuft aber auch ganz gut. Okay, los. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.